Das zum 19. Mal organisierte internationale Sprach- und Kulturfestival beginnt mit der Moderation von Bill Timonet im großen Finale. Unsere heutigen Jurymitglieder sind Brandon J. Durden, Chris Kirkpatrick und Peter Deverington. Mit atemberaubenden Auftritten haben wir heute 24 junge Talente aus den folgenden 24 Ländern. Weißrussland, Frankreich, Brasilien, USA, Ukraine, Tunisien, Panama, Mozambique, Rumänien, Nigeria, Kyrgyzstan, Deutschland, Kazakhstan, Bangladesch, Albanien, Angola, Moldawien, Mazedonien, Litauen, Kenia, Indonesien, Thailand, Russland, und Südafrika. Aus aller Welt, aus verschiedenen Kulturen mit vielfältigen Bekleidungen und fabelhaften Stimmen treffen wir uns zu unserem 19. Sprach- und Kulturfestival. Die Gewinner dieses Wettbewerbs werden per Online-Voting abgestimmt. Wir sehen uns am 26. Juni Samstag um 20 Uhr beim Online-Wettbewerbsprogramm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.